hey leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge ww mit unserem paladin ja und wir starten direkt heute mal mit einer instanz das ist schön hier waren wir sogar noch nicht drin nehmen wir das mal alles an und dann werden wir mal ein paar spinnen kloppen das ist zu weit entfernt ist glaube ich nicht so wollen wir mal ein paar spinnenvermögen sagt ist dann mal sehr schön kann man weiter schon laufen ich hoffe der sound ist nicht ganz so laut der kampf und ich habe ihr wisst das bisschen so ein problem habt ihr habt den sound mal wieder ein bisschen geändert ich hoffe das ist nicht ganz so laut ich höre mir danach mal die aufnahme an aber ich glaube das ist nicht zu laut zurück wie gesagt ich habe die dialoge auch bisschen lauter gestellt dass dass man die dialoge besser hört so sagt da holen wir uns die man hier ran aber unser kleiner paladin finde ich da macht das echt gut wir sind ja auch schon level 65 wenn man 67 das weiß ich gar nicht das dauert bisschen noch glaube ich 11 65 66 mal nicht ab 67 66 schaffen so kommen wir ja so dann haben wir uns die nächste bande leicht das tor muss um jeden preis geschützt werden so hier müssen wir ein paar eier zerstören oder haben dass die anderen schon macht das haben die anderen gerade schon gemacht genau sag also ich finde also paladin als tank finde ich immer noch um der macht mir am meisten spaß so zurück uns gleich die nächsten dann stehen wir auch schon vom ersten bus kommen wir ja hier so zeig da kommt ich dann noch mal kurz so und da können wir auch schon den bus angreifen ach wir machen die toten nieder und die geißel darf hier rein ich glaube du hast lange keine luft mehr geschnüffelt frisch luft hier alles zusammen ein bisschen polen hier da ist ja schon besiegt sehr schön das ging ja schnell doch das kann ich schon lange nicht mehr so und weiter geht's schnell die treppe runter so und ich brauche ein ziel so und holen wir uns mal ich sehe ich gar nichts so danach holen wir uns den nach unten also noch mal die hammer kreiseln kreiseln zack weihe jetzt müsste man von allem akku arm außer die kämpfe um gegen irgendwas aus glaube ich nicht muss zuerst etwas anvisieren da unten kommt der bus macht das steht noch was ich habe kein ziel besiegt und man gegen ihn aber kommt er ja schon der bus kreiseln weg kotzen schnell das geht aber die machen aber auch ein schaden hier muss ich sagen so komm weg mit euch ich brauche ein ziel ich habe kein ziel sehr schön schmuckstück brauchen wir leider nicht ich habe kein ziel gut zwei paar drei paladin in einer gruppe meine güte hat sich selten drei paladin auf einmal so und zack ich brauche ein ziel haus ein ziel okay das war es war auch schon fast die instanz da kommen jetzt unten noch ein paar sachen und das war es schon nicht auf dem pilz landen in der mitte und platsch sagt doch mal schon wieder auf monten dass wir noch was in der folge schaffene könnten wir sogar noch ein paar questen machen wollen die ging so relativ schnell die instanz muss ich so an hier kommen ja ich muss also dauerung schneller boss kommt wenn er so schnell runter gehauen wird und ständig unten nur ist ich noch da kann man gar nichts an den großen schade so kann kann man schon mal weiterlaufen und besiegt sondern kommt mal her ja sehr schön ich habe kein ziel dann können wir schon den endboss angreifen das ging aber super schnell es geht ja schon runter gleich so müssten glaube ich hier kommt gleich noch mal mobs runtergelaufen genau ich bin außer reichweite wir dürfen nicht in den zeug drin stehen sonst liegt man hoch so wie er so ist er denn da oben kommt der nächste die kleinen können sie auch alleine machen da brauche ich nicht großartig helfen sag her mit dir komm her sehr schön haben wir auch da kommt der boss wieder geht sowieso gleich wieder runter wenn die sogar mega mäßigen schaden drauf machen aber sie haben das mittlerweile gefixt was ich nicht glaube da ist wieder oder geht noch mal runter ohne haben sie gefixt das ist ja schon mal sonst ist er zwei bis dreimal sogar unter gegangen das ist natürlich schön jetzt können wir die aufgaben abgeben aber da kommt glaube ich heruntergelaufen und wir sind level 66 sehr schön so kommen wir runter hier dass wir die aufgaben bei die abgeben können ja komm ich mag diese ganzen spinne über so können die aufgabe abgeben sehr schön schuhe da müssen wir mit olga reden die schulden glaube ich noch eintragen wo ist denn olga da ist die olga hallo auch gar nicht gar nicht jack so gibt ihm was zu trinken aber trinkt mal tja braucht ihr etwas muss ich jetzt was bei ihnen hüten sehr schön das muss man glaube ich auch noch nach oben da müssen auch noch mal schulden eintreiben oder uah uah wird ja wohl nicht so schwer sein hier hoch zu laufen ähh Gragebäude hauptmann hallo ist das nicht der hautmann man sieht sich was haben wir denn hier noch ich glaube das müssen wir da draußen machen das haben wir jetzt hier gemacht das ist gut hier ist nix mehr wie geht's mit dir noch mal reden auf dann so gucken wir mal besorgt euch ein glitzern ach ja okay haben wir gekauft man sieht sich auch unten frosch müssen wir fangen da kommen wir hier haben wir auch jetzt können wir die aufgabe abgeben so bei den guten tauren geben auch noch mal ein paar aufgaben ab will das hier auf den insel gleich nötig auf der suche schätzen okay wir sehen uns wieder so das willst du also gibt es gleich noch eine aufgabe ich nehme natürlich auch noch mit so was haben wir denn jetzt hier schönes töten wir erstmal schnell dass das ist doch noch schnell drin und töten geht immer schnell ich da oben seid gegrüßt schönen tag so so gucken wo wir jetzt nächstes hingehen da bin ich mal ganz gespannt und in der dicke wahl stimmt immer noch um wo willst du hin hier läuft einfach weg so gehen wir die aufgabe auch gleich natürlich ab vielleicht gibt es noch gleich noch eine folge aufgabe schönen guten tag sprechen okay dann dürfen wir jetzt wieder rein laufen die war noch hier drin die gute dame uhr 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 was ist denn jetzt los so und hier hoch und dann lang die gute dame ist da oben haben wir gerade schon gesehen an die bohnen wie geht's ich wollte dass ihr denn okay schönen tag auch und wieder raus man 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 das ein raus und rein hier so auf mountain ja ich weiß jetzt gar nicht wie mich töten muss sie überhaupt mit töten dass man immer das erz mit sehr schön 3.000 punkte er war eben so man nur ein bisschen verwirrt lesen wir mal kurz und man möchte dass ihr handfernrohr zu ihr bringen ach so okay das ist der in der höhle die ist doch westlich ist das der hier ja okay den brauchen wir nichts dann ist das ding vielleicht da unten drin wie gerade ein bisschen verwirrt hier gibt es doch keinen fernraum mehr oder jetzt bin ich gerade ein kleines bisschen verwirrt das geht nicht zu geht auch weg ach es ist nicht verdrückt hier so entfernen das ist doch hier nicht das ist doch irgendwo anders hier ist doch bestimmt noch eine höhle hier ist doch nur das herz ich brauche ein ziel so wie hier ist nix er hatte das okay 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 ich habe nichts gesagt und raus hier so aber ich danke euch fürs zuschauen wir sind wieder fertig mit der folge wir sehen uns nächste woche mal wieder zu einer weiteren folge let's play ww mit unseren allianz paladin falls ihr verbesserungsvorstehe hast feedback lasst mir das bitte da kommentare falls es möglich auch ein abo oder ein like das würde mich sehr freuen die community wächst und wächst immer langsam aber stetisch das freut mich wir sehen uns auf jeden fall nächste woche auf wiedersehen und tschüss